Ich möchte mit Ihnen eine kleine Idee besprechen, die dazu anregen soll, wie Sie Ihr Studium anpassen können, verändern können, wie Sie besser studieren können. Und stellen Sie sich mal vor, ich nehme Ihnen alle Stifte weg. Sie dürfen überhaupt keinen Stift mehr benutzen, weder für einen Bleistift auf Papier, noch einen elektronischen Stift auf einem Tablet. Und das Zweite, was ich Ihnen wegnehme, ist die Tastatur. Sie dürfen weder auf einem Laptop noch auf Ihrem Smartphone sich die Tastatur einblenden lassen und darauf was tippen. So, und jetzt stellen Sie sich vor, mit dieser Einschränkung fangen Sie an zu studieren und möchten sich Stoff erarbeiten. Und wenn Sie kurz darüber nachdenken wollen, Pause machen auf dem Video, wie würden Sie jetzt vorgehen. Wenn ich laut darüber nachdenke, warum machen wir das? Reverse Hacking, mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn ich laut darüber nachdenke, dann würde ich bei einer Vorlesung anfangen, ich müsste sehr gut, sehr konzentriert zuhören, was würde ich vielleicht machen? Ich würde mir Sprachnotizen mit meinem Smartphone machen, immer wieder mir einen wichtigen Gedanken notieren, weil eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Ich darf nichts aufschreiben, weder mit Tastatur noch mit einem Stift. Vielleicht würde ich das auch nicht tun während der Vorlesung, was man auch machen könnte. Man könnte die Vorlesung aufzeichnen, aber was wäre das? Das ist nur Ihr Gedächtnis, da müssten Sie sich alles nochmal anhören. Aber ich würde Audiosachen machen und ich würde, wenn ich aus der Vorlesung raus bin, mich sofort abschotten und überlegen, was war denn alles wichtig? Was muss ich mir merken? Das würde ich auch wieder versuchen, über Audio-Möglichkeiten zu dokumentieren. Vielleicht kann ich auch Video dazu nehmen, da brauchen Sie alle keine Tastatur und keinen Stift dazu. Was Sie dann in Folge machen werden, so würde ich das tun. Ich würde mir das immer wieder wiederholen und frisch halten, weil ich habe ja keine Möglichkeit, in Aufzeichnungen nachzuschauen, die ich selbst angelegt habe. Ich würde mir das Material zur Vorlesung besorgen, vielleicht auch von Kommilitonen. Sie bitten, kann ich von dir dieses oder jenes haben? Ich kann das durchlesen. Aber zur Reflexion brauche ich immer das Wort, die Wiederholung, die Aufzeichnung, das Anhören. Das ist ein sehr bewusster Prozess des Reflektierens, des permanenten Wiederholens. Auch wenn wir, nehmen wir an eine Mathevorlesung, wir hätten eine Matheaufgabe, die wir abarbeiten müssten. Ich dürfte ja keinen Stift nehmen. Ich muss diese Aufgabe versprachlichen. Ich muss mündlich den Prozess beschreiben, den ich dann mit Stift und Papier an der Stelle tun würde. Und dann muss ich mir auch merken, wie kann ich, oder ich brauche technikenkreative Ideen, wie kann ich diesen Lösungsprozess überhaupt vorantreiben, ohne dass ich jetzt die Hilfsmittel, das Gedächtnispapier zur Verfügung habe. Sie merken schon, es wird eine großartige Herausforderung, aber es schärft sehr gut raus, was Studieren ausmacht, dieses Wiederholen, das Reflektieren, das sich bewusst machen und mit Techniken kommen, die Ihnen erlauben, trotz dieser Ermangelung der Möglichkeiten immer wieder fokussiert, Sachen sich zu erarbeiten, rauszuschärfen. Und wenn ich Sie jetzt frage, dürften Sie sich entscheiden zwischen Stift und Tastatur, welches dieser beiden Medien würden Sie nehmen? Ich vermute mal, Sie würden zu dem Stift tendieren. Weil mit dem Stift kann ich plötzlich zeichnen. Ich kann, wenn ich Mathe machen möchte, ich kann Integrale schreiben, was auch immer ich an Symbolen brauche. Das funktioniert mit der Tastatur überhaupt nicht. Und wenn Sie jetzt noch wissen, dass es Studien darüber gibt, wenn Sie in der Vorlesung sitzen und sich Notizen machen und Aufzeichnungen machen wollen, da gibt es ein interessantes Phänomen, was man herausgefunden hat. Leute, die in der Tastatur sitzen, am Laptop und mitschreiben, die können sich wesentlich schlechter den Stoff behalten, weil sie mehr in ein Protokollierungsverhalten fallen. Also alles Mögliche mitzuschreiben, nicht mehr zu sortieren. Wenn Sie nur einen Stift haben, können Sie nicht so schnell schreiben, wie dort vorne jemand Ideen vorträgt oder entfaltet. Sie müssen sich Essenzen rausholen aus dem, was Wichtiges nur notieren, was Sie ganz extrem machen würden, wenn man Ihnen sogar den Stift wegnimmt. Wenn Sie dieses Wissen haben über diese Studien, denken Sie daran, effizientes Smartes zu studieren hat viel damit zu tun, sich in diesem Reverse-Hacking-Prozess mal klarzumachen, was ist eigentlich gutes Studieren. Und das Mitschreiben über die Tastatur auf dem Laptop ist nicht die beste Strategie. Wählen Sie andere Sachen. Wenn Sie Fragen haben, Kommentare gerne unten zu diesem Video. Danke, machen Sie es gut.